Du müsstest mal einen unserer Winter erleben, sagt Patrick und gähnt. So, jetzt mach ich aber mein Nickerchen. Nur ein halbes Stündchen, dann bin ich wieder Putzmund... Oh nein! Was ist denn Patrick? Ich, ich wittere etwas. Das riecht nach... Repenomamos. Ach du Schreck, ich muss weg. Tschüssi! Völlig entsetzt springt Patrick auf und ist schneller verschwunden, als du gucken kannst. Ein bisschen kriegst du es mit der Angst zu tun. So wie Patrick reagiert hat, klang das wirklich nach Gefahr. Doch dann erinnerst du dich, dass dir auf einer Traumreise niemals etwas passieren kann. Schließlich hatte ja sogar der riesige Spike nichts getan und mit dir Freundschaft geschlossen. Gespannt holst du noch einmal tief Luft und beschließt, dich etwas genauer umzusehen. Deine Füße tragen dich weiter und weiter und mit jedem Hügel, den du dich schnaufend hinaufkämpfst, auch höher. Inzwischen hast du dich aber an die dünne Luft gewöhnt und das Wandern fällt dir leichter. Es ist wirklich total schön hier. Als du eine kleine Biegung machst, bleibst du stehen, denn du traust deinen Augen nicht. Die Wolken hängen jetzt so tief zwischen den Zweigen der knorrigen Bäume, dass du sie mit deinen Händen berühren kannst. Hast du schon einmal eine Wolke angefasst? Was meinst du, wie sie sich anfühlt? Strecke deine Hand aus und fühl mal. Kalt und nass fühlt sie sich an. Nicht erschrecken! Hörst du plötzlich eine Stimme aus dem nahen Unterholz. Du erschreckst dich trotzdem ein bisschen. Woher kommt diese Stimme?